Ich will ja nicht sagen, dass es Romeo schuld war, aber ja doch, dass es Romeo schuld war. Ah, come on, langsam bin ich echt sauer. Sauer macht lustig. Weil ich, ey, Vredo, das war ja, das war meine Vorlage. Ich glaub dir deine eigene, du vollidu. Nee, ich bin Romeo, ich will was Besonderes sein, hab aber nur Aken, ey. What the fuck? What the fuck? Habt ihr das gesehen? Nee. What the fuck? Was ist das passiert? Ich bin durch den Boden geglitscht und bin von der Decke wieder runtergekommen, wie bei Portal. Hä? Das muss ich aufnehmen. Also, beziehungsweise, das muss ich mal highlighten. What the fuck?